Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin Tutorial Reihe. Heute geht es um P2Pool. Das ist ein P2P Pool, wer hätte es anders gedacht oder anders erwartet und eigentlich gar nicht mal so komplex, wie man sich das vorstellen würde. Es gibt nur keinen zentralen Pool Operator. Ansonsten wird eigentlich das Prinzip von einem Pool weiterhin verwendet, das heißt, man hat eine niedrigere Difficulty oder ein höheres Target, das heißt, man muss nicht so viel minen, um einen Share zu bekommen. Was Shares sind, habe ich letztes Mal erklärt, werde ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Und ja, dadurch kann man natürlich auch sagen, man kriegt kontinuierlich ein bisschen Bitcoin und nicht, keine Ahnung, 13 Bitcoin auf einmal, sondern halt immer nur ein bisschen was. Und das ist eigentlich ganz angenehm, vor allem für die Miner, weil die natürlich ihre Stromkosten auch irgendwie decken müssen, und wenn sie dann einmal im Jahrhundert einen Block finden, dann bringt das denen relativ wenig. Aber wenn sie sozusagen bei jedem Block 50 Shares haben oder sowas, ist das schon in Ordnung. Und ja, deswegen gibt es eben den P2Pool, damit man sich vom Pool Operator nicht betrügen lassen kann, damit der nicht zum Beispiel sagen kann, hey, wir haben gar keinen Block gefunden und alles selber einstreicht, obwohl man eigentlich gemeinsam im Pool den Block gefunden hat. Sondern ja, man möchte eben auch hier ein P2P-System benutzen und das hat eben P2Pool tatsächlich gemacht. Also in der Praxis existiert beides, wir werden uns noch beides noch genauer angucken. Und zwar ein, ja, wir werden uns mit Pools natürlich auch noch praktisch beschäftigen, weil man Solo-Mining nicht betreiben sollte, macht einfach keinen Sinn. Aber der P2Pool ist so ein bisschen die Zwischenebene zwischen Solo-Mining und wirklichen Pool zu benutzen, weil man da halt eben nicht zentralisiert arbeiten muss. Gut, wie ist das Ganze jetzt also gemacht? Man verbindet sich halt einfach wieder mal über ein ganz normales P2P-Protokoll mit ein paar anderen Leuten. Hier jetzt einfach immer nur zu zweit irgendwie oder manchmal sogar nur mit einem verbunden. Normalerweise sind es immer fünf, die miteinander verbunden sind. Und man baut eine eigene Mini-Blockchain für Shares auf. Das bedeutet, man meint einfach ganz normal weiter seine Blöcke. Man kann auch selber bestimmen, was man gerne hätte. Und für jeden Block, den wir jetzt finden würden für die Blockchain mit der niedrigeren Difficulty, für jeden davon wird ein echter Block auf dieser Share-Chain angelegt. Und das bedeutet, wir haben am Ende eine Share-Chain für diese zehn Minuten oder wie lange auch immer man braucht, bis man einen neuen Block findet. Also für diesen neuen Block haben wir eine eigene Share-Chain und können sozusagen beweisen, dass wir auch was daran gemacht haben. Auch wenn wir nicht den finalen Block gefunden haben, Wir haben was dran gemacht, dafür, dass der Pool gemeinsam diese Chain eben produzieren konnte und auch dann damit eben den finalen Block. Das heißt natürlich, dass wir das Ganze trotzdem im P2P-Netz immer public machen müssen. Das heißt, wir müssen es immer broadcasten, wenn wir einen Block gefunden haben. Aber das ist ja kein Problem, das können wir ja einfach machen. Das hat ja Bitcoin eigentlich schon alles für uns erledigt. Wir broadcasten also einfach im P2P-Pool immer den Block, den wir gefunden haben und dann glauben die anderen uns, dass wir daran auch wirklich beteiligt waren. Und wenn jemand den wirklich finalen Block findet, also der, der auch wirklich für das Bitcoin-Target ausreicht und nicht nur für das P2P-Pool-Target, dann kann man hier auch sagen, dass diese Share-Chain sozusagen wieder abgebaut wird. Das heißt, man hat jetzt hier eben von mir aus 100 Leute, die sich daran beteiligt haben. Also 100 Leute haben hier irgendwie versucht zu würfeln und der Letzte hat dann tatsächlich einen Block gefunden. Dann wird dieser Reward eben aufgeteilt auf alle Teilnehmer an dieser Blockchain. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept. Nachteil ist natürlich immer so ein bisschen, dass man dafür natürlich seine eigene Blockchain braucht. Das heißt, man braucht seinen wirklichen Full-Node, sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Wenn ich hier keinen Full-Node habe, kann ich nicht selber anfangen mit meinen, weil ich habe ja keinen zentralen Pool-Operator, der mir vorgibt, was ich mache. Nein, ich bin ja mein eigener Herr, das ist ja gerade der Sinn davon gewesen. Und deswegen brauche ich auch meinen Full-Node. Das heißt, ich muss aber auch wirklich die RAM haben, muss tatsächlich auch diesen Festplattenspeicher opfern sozusagen, damit ich meinen kann. Aber ich meine, wenn man in einem P2Pool meint, dann kann man auch wirklich sich das Ganze installieren. Also das sollte wohl das kleinste Problem sein. So, und ja, zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz hier mit euch reingucken. Das sind die Stats von P2Pool. Ja, ist im Endeffekt wirklich ein aktiver Pool. Das heißt, da wird auch wirklich aktiv drin gemeint. Aktuell mit einer Hashrate von zwei Petahashes pro Sekunde. Also ist im Endeffekt so viel wie mit jedem anderen oder ähnlich viel wie mit einigen anderen Pools auch. Und wir sehen hier, ja, vor einem Tag und zwölf Stunden ungefähr wurde ein Block gefunden mit dem Hashwert der hier. Und da hat man was dafür bekommen. Allerdings stimmen hier die Stats irgendwie nicht richtig. Kann sein, dass bei mir das JavaScript geblockt wird. Aber man sieht hier, Share ist da und alles drum und dran. Also, ja, wir sehen, dass da auch wirklich was getan wird. Das existiert tatsächlich noch und zwar mit zwei fucking Petahashes die Sekunde. Insgesamt wurden im P2Pool übrigens 77.568 Bitcoin ausgezahlt. Das muss man erstmal schaffen. Ja, aktuell meinen 87 Leute und es wurden, ja, 87 Leute mit zwei Petahashes. Wow, das ist okay, das ist echt ordentlich. Naja, okay, das soll zu meiner Seite erstmal gewesen sein und ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.